Aber weißt du, was richtig eklig ist? Du siehst nicht, wie das da runter geht und dann springst du und du fällst einfach. Das ist richtig eklig. Yo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir sind jetzt hier an der Blauen Lagune. Tim zieht sich gerade um. Rush ist auch am Start. Auf jeden Fall springen wir erstmal hier below runter. Das ist nicht die so hohe Klippe. Da unten sind Steine, also wir müssen ziemlich weit nach da springen. Das ist schon ein bisschen tricky. Boah, was sind das für Fische? Boah, Digga, das sind Riesenfische, Digga. Ich glaube nicht. Boah, Leute, da sind Fische. Doch, das sieht man. Boah, gebt euch die Fische. Verfiss dich, ich will da nicht rein. So Freunde, wir spinnen Stick, Schnack, Schnuck und gucken, wer reinspringt. Tim, du oder ich zuerst. Komm, eine Runde. Oh shit, du bist noch nicht bereit. Komm jetzt ein. Sucker Hudi. Hey, Gipi. Shit. Komm rein. Jetzt. Und. Der hat wohl ihn nur nehmen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Verpiss dich. Hey, Auerbach sitzt drin oder sitzt nicht drin? Auf jeden Sitz, ja. Aber ich muss, was will ich abrutschen? Ja, du hast verkackt. Aber das ist das Risiko bei YouTube, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klar gemacht. Oho, klar gemacht. Boah, klar gemacht. Wir sind am nächsten Spot angekommen, die Klippe ist auf jeden Fall ein bisschen höher und ich zeig euch da einfach mal. Schon gefühlte Öl 20, 30, 40 Meter hoch. So Freunde, Tim springt da jetzt noch mal rein, wo wir vorn gesprungen sind und dann taucht er da runter. Und dann gucken wir mal, wie tief das Wasser ist, weil wir sind uns beide, also wir haben beide, gerade null Eier da rein zu springen. Tim hat eher Angst, dass er nicht weit genug kommt und ich habe mehr Angst, dass das Wasser nicht tief genug ist. Ist auf jeden Grad eklig. Aber Tim will da jetzt runterzauchen, wenn es tief genug ist, dann springe ich auf jeden. Aber Leute, das ist so hoch. Da, wo die stehen. Zoom genau wieder normal ran. Auf 1,0? Du meinst, ich bin blöd? Ja, das gefällt mir. Ich bin blöd. Leute, ich habe auf jeden Fall richtig heftig Angst. Geh mal weiter, da springe ich gar nicht. Leute, wenn ihr mal wissen wolltet. Hast du Angst, Leute? Hey Tim, bis da, wo du bist ungefähr springst. Schaffe ich das mit einem Schritt? Aber weißt du, was richtig eklig ist? Du siehst nicht, wie das da runter geht und dann springst du und du fällst einfach. Freunde, wir konnten auf jeden nicht springen, das war, weiß ich nicht. Ich glaube, heute war auf jeden Fall einfach nicht der Zeitpunkt, um da runter zu springen. Wir können zwar schon viele Sachen, oder viele denken wahrscheinlich, wir sind bekloppt, wenn wir mit der Schaukel im Sommer und so. Das war auch hoch, aber das sind so. Da fühlt man sich sicher. Ja, es gibt immer so Grenzen, wenn wir, keine Ahnung, doppelt einen Backflip von der Kanalbrücke machen. Dann traut man sich jetzt nicht, weil man weiß, das könnte gleich wehtun. Aber man weiß, man stirbt nicht dabei, weil es, man knallt halt höchstens auf den Rücken. Aber da jetzt gerade, ich war auch vorher noch nie da oben ehrlich gesagt. Also ich war hier schon mal, aber nur auf der anderen Seite. Oder wir waren hier jetzt zum ersten Mal, so sage ich mir, dass man diese Klippe sieht. Und es ist einfach, weiß ich nicht. Man will sich auch keins herumbringen. Man kann das nicht einschätzen. Und auch wenn ihr irgendwie mal irgendwo runter springt und euer Bauchgefühl sagt einfach die ganze Zeit, ne, ich weiß nicht, mach nicht, mach nicht. Auch wenn eure Kollegen sagen, ey springt da runter. Ja, auf jeden Fall. Hört da nicht drauf. Leute, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ihr seid auch immer die besten Zuschauer. Wir sind eine starke Community, danke dafür. Diesen Sommer haben wir noch vieles mit euch vor. Wir werden noch vieles machen. Jetzt bald gibt's auch die Instagram-Challenge. Vielleicht lag's auch daran, dass jetzt, wir waren jetzt selber das erste Mal dieses Jahr wieder los mit Splashdiving. Ja man, das kann auch sein. Vielleicht, äh, war ein schlechter Start, ne. So Freunde, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Peace. Peace out, baby.